Heute bin ich auf einen Beitrag gestoßen von einem deutschen Militärexperten, der mich wirklich in Staunen versetzt hat. Sein Job ist es nämlich, zusammen mit anderen Experten im Rahmen des GIDS, und jetzt haltet euch fest, ich wusste es auch nicht vorher, den German Institute for Strategy Studies. Die sind nämlich dafür da, militärische Entwicklungen nicht nur vorauszusehen, nein, sie analysieren sogar, wie man auf diese reagieren sollte. Und ich sag euch, seine Analyse war meiner Meinung nach extrem interessant. Und deshalb muss ich sie unbedingt mit euch teilen, weil ich weiß, dass die meisten meiner Zuschauer den öffentlich-rechtlichen Rundfunk meiden wie der Teufel das Weihwasser. Und deshalb steigen wir jetzt direkt in ein Thema ein, was uns alle belastet, nämlich die Gefahr einer atomaren Eskalation. Das Wort geht an den Militärexperten, merkt euch den Namen, Henrik Rommel. Los geht's. Hier gibt es verschiedene Fragen zu dem Atomkraftwerk dort. Wladimir Putin hat der ukrainischen Armee heute vorgeworfen, einen Angriff auf die Atomanlage in Kursk versucht zu haben. Und der Chef der internationalen Atomenergiebehörde IAEA will kommende Woche das Atomkraftwerk besichtigen. Dazu gibt es hier unter anderem die Frage, erhöht der Einmarsch in Kursk nicht generell das atomare Eskalationsrisiko? Das wiederum bezieht sich, denke ich, nicht auf das Atomkraftwerk. Sorry, jetzt denke ich gerade beim Lesen. Das sind zwei verschiedene Fragen. In diesem Fall bezieht es sich auf das atomare Eskalationsrisiko, was einen atomaren Gegenschlag Russlands bedeuten würde. Und das andere ist die Frage, wie hoch das Risiko rund um das Atomkraftwerk ist. Lassen Sie uns doch damit beginnen, denn auch dazu gibt es hier im Stream Fragen. Tatsächlich können diese Fragen durchaus zusammenhängen, vor allem wenn diese Informationen vor allem von russischer Seite in den Informationsraum hereingetragen werden. Denn dieses Spiel mit der nuklearen Angst, vor allem für die europäischen Staaten, die Unterstützerstaaten, ist für Putin und Russland allgemein ein ganz elementarer Baustein im Kampf im Informationsraum, wie man das nennt. Also der Krieg in der Ukraine wird ja nicht nur zu Land, an der Luft oder zur See geführt, sondern beispielsweise auch im Cyber- und Informationsraum. Und Russland hat in den vergangenen Jahren festgestellt, dass es dieses Spiel mit der nuklearen Angst, also entweder die nukleare Katastrophe mit einem Atomkraftwerk im Süden der Ukraine, in Saprysia oder in der Region Saprysia oder jetzt das russische Atomkraftwerk in der Region Kursk, aber auch die permanente Drohung mit der Möglichkeit von der Nutzung atomarer Gefechtsweltwaffen immer wieder einen Effekt erzielt in den westlichen Medien, vor allem in Deutschland. Und deswegen hängt das, glaube ich, relativ eng miteinander zusammen. Mir liegen keine Informationen vor, dass die ukrainischen Brigaden derzeit das Atomkraftwerk beschießen. Das ist aus meiner Sicht auch militärisch völlig abwegig, weil es natürlich auch die eigenen ukrainischen Kräfte im Raum gefährdet und der militärische Nutzen gleich null ist. Grundsätzlich sieht die russische atomare Doktrin vor, dass bei einem Angriff auf russisches Staatsgebiet und die Gefährdung des russischen Staatsgebietes atomare Gefechtsweltwaffen eingesetzt werden können. Aber da ja bereits die eroberten Gebiete zu russischem Staatsgebiet erklärt worden sind im Osten der Ukraine und die Ukrainer dort auch Raumgewinne erzielt haben, bin ich fest davon überzeugt, dass die Möglichkeit atomarer Gefechtsweltwaffen, der Einsatz zwar theoretisch vorhanden ist, aber in der praktischen Umsetzung nahezu bei Null liegt. Denn Atomwaffen sind immer politische Waffen und solange Putin merkt, dass er im Informationsraum mit diesem Spiel der atomaren Angst vor allem bei den westlichen Unterstützerstaaten einen Erfolg erzielt, ist dieses Spiel mit der Angst viel, viel wertvoller als der Einsatz von Gefechtsweltwaffen atomarer Natur. Eines muss man Militärexperten lassen, sie haben immer diese rationale Sichtweise und vor allem, wie er die Funktion der Atomdoktrin beschrieben hat, fand ich sehr interessant, aber es hat mich trotzdem nicht ganz überzeugt. Und ich sag euch jetzt auch genau warum. Denn wenn man das Argument der Angst und ihren Nutzen zu Ende denkt, dann bedeutet das doch, dass uns gerade die zurückhaltende Reaktion darauf vor der Eskalation schützt. Oder habe ich gerade irgendeinen logischen Denkfehler? Weil man muss sich doch anschließend fragen, was wäre die nächste Option, wenn Drohungen keine Wirkung mehr erzielen? Deshalb schlussfolgere ich und nagelt mich bloß nicht fest, dass es höchst riskant ist zu glauben. Man könne die Wechselwirkungen und Kausalitäten in einem Krieg einschätzen. Das dachte man nämlich auch im Zweiten Weltkrieg. Doch kommen wir nun zur nächsten Szene, denn auch hier hat der Experte eine extrem interessante Perspektive, gerade was das Thema in der Offensive auf russischem Territorium in Kursk angeht. Und vor allem, was das überhaupt bringen soll. Also abonnieren nicht vergessen, weiter geht's. Wie kommen denn die ukrainischen Truppen voran in der Region Kursk? Ich unterteile das mal in die taktische, operative und strategische Ebene. Auf der taktischen Ebene, also dort, wo die einzelnen Gefechte militärisch geplant und durchgeführt werden, sehen wir eine unveränderte Idee des Gefechts. Raumorientierte Angriffe auf vier Angriffsachsen von jeweils einer Brigade, beziehungsweise Teilen einer Brigade vorgetragen. Der raumorientierte Angriff unterscheidet sich zum kräfteorientierten Ansatz, wie ihn beispielsweise die Russen im Donbass fortführen, dadurch, dass bei einem raumorientierten Angriff der Angreifer versucht, geografische Schlüsselgelände zu nehmen und zu halten. Und dadurch ist dem Verteidiger unmöglich zu machen, das da rumliegende Gelände zu halten und dadurch zum Ausweichen zu zwingen. Das heißt, diese Kräfte im Raum, die ja ohnehin schon relativ schwach sind, russischer Seite, werden nicht zwangsläufig zerschlagen. Also man greift nicht primär die russischen Kräfte an, wie beim kräfteorientierten Ansatz, sondern versucht möglichst schnell mit einem hohen Operationstempo sehr viel Raum zu gewinnen und dadurch die russische Verteidigung zum Kollabieren zu bringen. Dieses Operationstempo ist in den letzten Tagen leicht zurückgegangen, ist aber unverändert hoch. Und dadurch sind die Ukrainer taktisch in der Initiative. Operativ, also die Ebene, auf der mehrerer solcher taktische Aktivitäten aus allen Dimensionen synchronisiert werden, sind die Ukrainer immer noch leicht in der Initiative. Das liegt daran, dass sie einen sogenannten A2AD-Status aufrechterhalten können. A2AD steht für Anti-Access Area Denial. Die Ukrainer schaffen es den Russen den Zugriff auf die Region Kursk in weiten Teilen zu verwehren. Vor allem aus der Luft, im elektromagnetischen Spektrum, aber auch in Teilen auf der Landdimension. Das führt dazu, dass die Ukrainer sich mit ihren Landstreitkräften, mit ihren Brigaden relativ frei im Raum bewegen können, Kräfte zusammenfassen können, neue Schwerpunkte bilden können und dadurch halt diese raumorientierten Angriffe vortragen können. Das versuchen die Russen derzeit zu verhindern, diese A2AD-Status zu durchbrechen, indem sie Gleitbomben einsetzen, Stahlfeuer. Aber im Moment sieht es noch so aus, als könnten die Ukrainer sich relativ frei in diesem Raum bewegen und sind deswegen operativ auch noch in der Initiative. Strategisch gesehen muss man sagen, dass der politische Nutzen dieser Offensive, glaube ich, nahezu kulminiert ist. Also Zelensky hat jetzt in Richtung Russland die Nachricht senden können, eure Grenzen sind nicht sicher. Er hat in seiner eigenen Bevölkerung, vor allem zu den jungen wehrpflichtigen Männern, die Nachricht senden können, ihr werdet nicht nur an die Front gebracht und in Anführungsstrichen verheizt, sondern ihr seid Teil eines militärischen Erfolges. Und er hat natürlich an seine westlichen Unterstützerstaaten durch den Einsatz von westlich gelieferten Großgerät gezeigt, schaut her, liefert uns genug Munition, genug Material und wir sind militärisch erfolgreich. Militärstrategisch glaube ich, dass dieser Angriff keinen nachhaltigen Nutzen haben wird, denn ein erhoffter Entlastungsangriff ist ausgeblieben. Die Russen haben keine substanziellen großen Kampfverbände aus ihrem operativen Schwerpunkt abgezogen. Sie machen immer noch extrem viel Druck in Donbass und deswegen ist militärstrategisch der Nutzen dieser Offensive gering bis nicht vorhanden. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob eine Offensive die potenziellen Rekruten wirklich begeistert. Und schließlich ist es in der Ukraine kein Geheimnis, wie bei uns im Westen, dass dort jeden Tag bis zu 1000 ihrer Männer fallen. Und die hatten vielleicht eine Grundausbildung von 5 Tagen. Und darüber hinaus soll ein unabhängiges Journalistenteam in der Ukraine gewesen sein, die sich darauf konzentriert haben, die Gräber, also die Soldatengräber zu zählen. Und was dabei rauskam, ist erschreckend. 600.000 gefallene Männer. Ich frage mich jetzt mal ganz rational, wie lange will sich die Ukraine noch vom Westen zum Pokern verleiten lassen. Es wird zwar schon seit Jahren gesagt, sie müssen es nur schaffen, in der Position der Stärke heraus zu verhandeln. Aber was ist, wenn die Russen kein Interesse haben, aus der Position der Schwäche zu verhandeln? Und das würde doch letztendlich bedeuten, dass wir uns buchstäblich in eine Todesspirale hinein manövrieren. Und da frage ich mich ehrlich, und beides ist schlecht, entweder denkt darüber keiner nach, oder man will nicht darüber nachdenken, weil die Umsätze für den militärisch-industriellen komplex gerade nach oben schießen und sich viele daran erfreuen. Und als zweites ist es auch kein Geheimnis, dass ein Konkurrent wie Russland sehr, sehr lange und nachhaltig dadurch geschwächt wird. Naja, dass das wieder auf Kosten der Ukraine geht, ein Volk, das in der Geschichte immer und immer wieder verheizt wurde, ist ziemlich traurig. Teilt mir mal gerne eure Gedanken dazu mit, ich bin wirklich gespannt. Und jetzt eine zweite Realität, über die man reden muss und man verstehen sollte. Weil die Russen planen gerade eine Landbrücke von Donbass bis zur Krim. Analysten behaupten, dass die Russen dadurch nicht nur versuchen, die Krim langfristig schützen und halten zu können, sondern auch zu verhindern, dass die Europäer zukünftig an die Gasfelder gelangen. Und ja, wenn jemand glaubt, dass der Krieg nur aus moralischen Zwecken geführt wird, der kennt die Amerikaner nicht und vor allem nicht die Engländer. Und jetzt abonnieren, weiter geht's. Das sind die drei Angriffsachsen, auf denen die russischen Streitkräfte vor allem mit mechanisierter und motorisierter Infanterie angreifen. Eine massive Feuerüberlegenheit dann Artillerie haben, ihre Drohnen einsetzen können, weil sie im elektromagnetischen Spektrum überlegen sind. Sie schaffen es auf der anderen Seite, die Kommunikationskanäle der Ukrainer zu stören. Und sie sind auch aus der Luft überlegen und setzen immer wieder ihre weitreichenden Gleitbomben ein mit einer Reichweite von 60 bis 80 Kilometern. Und diese Reichweiten der Abstandswaffen nutzen sie aus, um die ukrainischen Brigaden, die dort kämpfen, immer weiter abzunutzen. Man kann sich das so vorstellen, dieser kräfteorientierte Ansatz zählt darauf ab, die abgekämpften ukrainischen Brigaden zu identifizieren, wenn sie taktisch verlegt werden, raus aus den Schwerpunkten. Und die russischen Streitkräfte legen sofort ihren Schwerpunkt dann wieder auf diese Brigade und erzwingen dadurch dann ausweichen. Also das hat man beispielsweise bei der 31. mechanisierten Brigade gesehen, der Ukrainer vor wenigen Wochen. Aufgrund eines Schwächemomentes, als diese 31. mechanisierte Brigade aus Chassifia abgezogen worden ist und in ein vermeintlich ruhigeres Gebiet weiter südlich bei Toretsk verlegt worden ist, haben die Russen sofort diese Brigade wieder angegriffen und dadurch ein Momentum generiert und eine dritte Angriffsachse aufgemacht. Und das ist im Grunde genommen die Gesamtsituation dieses kräfteorientierten Ansatzes. Unverändert mit sehr, sehr hohen Feuerraten der Russen, einem langsamen, aber beständigen Operationstempo. Und die Ukrainer kämpfen mit den Problemen, mit denen sie seit Monaten kämpfen. Sie haben zu wenig Munition, sie sind unterlegen in nahezu allen Munitionsarten. Sie haben weniger Material und sie haben vor allem ein massives Personalproblem, eben vor allem bei der Infanterie, also das Personal, was sie brauchen, um Geländeabschnitte nachhaltig verteidigen zu können. Und den Russen gelingt es derzeit, auf der südlichsten Angusachsienrichtung pro Kost vorzustoßen. Das ist ein logistischer Knotenpunkt, in dem im Grunde genommen sämtliche leistungsfähigen Bahnverbindungen und Straßen durchlaufen oder zumindest in der unmittelbaren Umgebung. Und wenn es den Russen gelingt, bis in diese Stadt vorzudringen, dann überflügeln sie eine natürliche Verteidigungslinie, die sich über den Bereich Sloviansk, Kramatorsk, über den Ostkirfluss bis nach oben, nach Kupiansk zieht. Kurz gesagt, es sieht düster aus. Und ich habe es schon mal gesagt und sage es jetzt wieder. Die Ukraine hatte definitiv eine Chance, früh am Anfang des Krieges mit Verhandlungen gut und günstig aus der Lage herauszukommen. Doch dann ließen sie sich leider von der britischen Mentalität und vor allem von der amerikanischen Unterstützung verführen, weil sie wirklich glaubten, sie könnten diesen Krieg zu ihren Gunsten entscheiden. Man muss also zugeben, dass der gesamte Westen, alle Geheimdienste, Militärexperten, technisches Know-how und Ausrüstung an Russland gescheitert ist. Die Russen haben halt von Anfang an auf diesen Abnutzungskrieg gesetzt. Und was hat das ukrainische Volk jetzt davon, dass die Regierung sich verzockt hat? Hunderttausende Krüppel, Tote, Landverluste, zerbombte Infrastruktur. Also ich kann wirklich verstehen, warum Zelensky keine Wahlen zugelassen hat. Denn ich hätte ihm meine Stimme bestimmt nicht gegeben, wenn sie mich schon längst an der Front verschleppt hätten. Aber was ist eure Mann dazu? Lasst es gerne in den Kommentaren aus. Ich bin gespannt. Und falls ihr jetzt noch mehr Details erfahren wollt, habe ich ein ganz besonderes Video über einen Journalisten, der beide Seiten kennt und auch die wahre Anzahl der Toten. Einfach hier klicken und die Reise geht weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.